Jo, Kinder, ich bin's, ne? Knackilies Kommentare, ne? Genauer gesagt, die hier, ne? Geht jetzt um meine neuen Bücher, ne? Ich hab ja jetzt mittlerweile hier aus der Adolf-Abteilung so ein paar Stück im Start und das geht ja nicht darum, dass man dem Adolf die Pupanze legt, sondern geht ja eigentlich nur darum, dass man möglichst viel Input aus möglichst vielen Richtungen hat, ne? Aber ich krieg natürlich hier von meinem, ja, juristischen, geschichtlichen, deutschen, linksversifften, rechtsversifften, braun angemalten Fachpublikum natürlich auch enorm, viel sympathischen Zuspruch, ne? Zum Beispiel hier, West 1909, als wenn in solchen Büchern die Wahrheit drinsteckt. Da kannst du auch gleich die Bild lesen. Naja, fragen wir mal so, in welchen Büchern steckt denn deiner, Manu, nach die Wahrheit? Hm? So, dann Mahan, ja, lesen mal schön die Lügenscheiße, dann bist du bestimmt in deinen Geschichten über die bösen zwölf Jahren weiter. Ja, kurze Frage, wo bekomme ich denn die Wahrheit her? Das heißt, wenn da drin die Lügen stehen, welche Bücher soll ich denn bestellen? Wo steht denn die Wahrheit drin, sag mal? Würde mich mal persönlich interessiert, ne? Ich lese auch, ich lese auch Bücher mit der Wahrheit, ne? Ich hab da ja wenig Berührungsängste, ne? So, dann hier, kann mal einer sagen, wo ich den Hangout-Kanal von Mozart finde? Ja, bei Mozart, The Volkstribunal, ne? So, dann haben wir hier noch, erst Dennis kopieren und dann ab ins Pflegeheim marschieren, ja, der ist auch nicht schlecht. Ja, der Unterschied zwischen Dennis und mir ist, ich lese die Bücher ganz, ne? Ich lese nicht nur den Teil, der mit dem Adolf zu tun hat, ich lese die wirklich ganz, ne? Also von vorne bis hinten. So, auf intellektuell machen und irgendwelche Bücher in die Kamera halten, passt gar nicht zu dir. Wirkt unglaubwürdig. Ja, wenn ich jedes Mal ein Video machen würde, wenn ich in der Badewanne die Bücher, die ich in der Kamera halte, auch noch lese, dann würdest du dich aber wundern, wie viel ich am Lesen bin, ne? Aber andersrum, ich bin ja auch scheinbar viel am Baden, ne? Aber da könntest du mal wieder sehen, wie sauber ich bin, ne? Umkehrschluss natürlich. Kann auch sein, dass ich immer ziemlich dreckig bin, weil ich immer so viel baden muss, ne? Also, alles ein bisschen schwierig, ne? Man weiß es nicht, man weiß es nicht, ne? Ja, also hier zu dieser Büchersache machen sich viele Leute Gedanken. So ganz kurz infotechnisch, ich habe mir mehrere dieser Bücher kommen lassen. Und zwar von mehreren Autoren. Ich lese also nicht immer nur den gleichen, aber macht ja keinen Sinn, ne? Und ich verspreche mir davon ja auch nicht, dass ich die Geschichte neu entdecke oder irgendeinen anderen Quatsch, sondern es geht einfach nur darum, ich möchte gerne verstehen, wie sieht man Adolf, aus welchem Gesichtspunkt Adolf? Wie sieht ein Patriot den Adolf? Wie sieht ein Bolschewik oder ein Jude den Adolf? Wie sieht die Kirche den Adolf? Wie sieht der normale Mensch den Adolf? Also es geht einfach darum, möglichst viele Gesichtspunkte, die übrigens immer, jeder Gesichtspunkt ist immer aus den Augen des Sehenden natürlich einseitig. Darüber brauchen wir uns nichts vormachen. Deswegen kaufe ich mir ja viele Bücher zum gleichen Thema, ne? Ist so ein bisschen wie mit den Protokollen der Weisen von Zion, ne? Wenn man nur eine Version hat, kann es schnell langweilig werden, ne? So, das mal dazu. Mich interessiert auch jetzt nicht Dritte Reich oder Holocaust oder so ein Scheiß. Ich muss auch hier nicht diese, ja, extrem brutale Porno-Weltuntergang-Scheiße haben, wer nur wen, wann umgelegt hat oder solche Geschichten. Mich interessieren einfach nur ein und dieselben, ja, Ereignisse und Fakten aus möglichst vielen Perspektiven, ne? Genau. Deswegen lese ich Bücher, ne? Der Holger Stöber hat ja gesagt, ich wäre ja ziemlich doof, ne? Weil ich würde ja Bücher lesen, ne? Hat der wirklich gesagt, der hat mal bei irgendeinem da rumgesessen und gesagt, manch, der Knacki, ne? Den kannst du komplett vergessen, der liest Bücher, ne? Ja, ich habe jetzt so ein bisschen das Problem, das was mich hier interessiert, da findet man gerade so schlecht Zeitzeugen, ne? Und soweit ich weiß, Adolf ist ja auch nicht da, ne? Alter Baran, ich weiß nicht, wohin der geflüchtet ist, den kannst du ja auch nicht mehr fragen, ne? Alles ein bisschen schwierig. Also ich persönlich finde Bücher erstmal gut und, ja, kann ich euch nur empfehlen, ne? Lest Bücher. So, tschüss. Übrigens, wir haben 5.39 Uhr, da könnt ihr mal sehen. Ich sag ja, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf.